Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich mach's. Die Lage ist folgende. Du verhältst dich ruhig und tust, was ich sage. Dann nimmt das hier kein böses Ende. Ist das verstanden worden? Es geht alles auf dich, Frank. Nur auf dich. Mach keinen Scheiß. Lass die Ende, wo sie sind. Ganz ruhig. Es muss gar nichts passieren, wir können... Entschuldigung. Es passiert schon. Genau jetzt. Es geht nur noch darum, wem was passiert. Ob mir, dir, die fetten Marionetten da oder Lilly. Hey! Ganz ruhig jetzt. Es ist alles noch offen. Denk an Lilly, Frank. Das war richtig gut. Ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme jetzt. Dann kannst du da. Hältst du noch einmal, das ist? Noch mal. Dann kann ich die zwei Mäuse raus. Hör mir jetzt genau zu. Hör zu! Die Lage ist nämlich folgender. Wenn ich mich da jetzt nicht gleich melde, dann kann ich für deine Tochter nichts mehr tun. Die beiden da, wenn die nicht gehen, dann müssen sie weg. Ist das verstanden worden? Ob du mich verstanden hast? Das geht alles nur auf dich, Frank. Ihr habt uns doch gesagt, dass wir es ganz scheiß machen. Ich wollte einfach noch nach Berlin. Viele fahren ja auch nach der Disco. Wir haben jetzt richtig einen. Warum geht der uns ganz ehrlich nur um das Alkoholleben, sondern jetzt nicht mehr. Du entschuldige, ich bin mir echt nicht nervig. Ganz ehrlich, ich. Nicht bewegen. Nicht bewegen! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Ist das eine RCD oder was? Meine Nase, bist du verrückt geworden? RCD oder was? Kann ich atmen? Kann ich atmen? Ich frag dich jetzt noch einmal, RCD oder was? Wovon du redest? Meine Nase? Was war das denn gerade? Willst du mich ersticken oder was? Ich muss immer noch nach Berlin. Warte, 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 steig mal hier ein. Ist irgendwas? Ich würde mich freuen, wo du hinfährst. Meine Mitvergelegenheit hat mich versetzt. Kopf herum, ist voll, Gepi. Meine Nase? Pommes, Big Beast, Getränk? Hört sich für mich genau noch. Hör mir jetzt genau zu. Wenn ich mich da jetzt nicht gleich melde, dann kann ich für deine Tochter nichts mehr tun. Ist das verstanden worden? Auch wenn du das nicht hören magst, Frank. Aber wir sind alle nur kleine Zahnräder im großen Spiel der Maschine. Bei dir alles okay? Ja, ja, klar. Hi, hier ist Frank. Was auch immer da heute passieren. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Vielen Dank.